hallo willkommen zurück wir sind fast fertig mit unseren syntaktischen umformungen in der prädikaten logik das letzte was uns jetzt noch fehlt bevor wir anfangen können mit dem richtigen schließen ist die sogenannte konjunktive normalform und die ist eigentlich relativ einfach zu ermitteln wie wir gleich sehen werden aber das waren die anderen ja auch bereinigen der formel war einfach negations normalform ist ganz leicht negationen reinschieben pränex form war es sehr sehr einfach schule misierung da muss man ein bisschen aufpassen dass man es richtig macht aber es auch nicht sehr schwierig und jetzt kommt noch die konjunktive normalform und dann lauter kleine schritte aber jeder macht die konjunktive normalform haben sie schon mal kennengelernt wir haben die als wir über aussagenlogik gesprochen haben schon mal erklärt und da hatten wir folgende definition eine formel f ist in konjunktiver normalform kurz knf wenn sie eine konjunktion von disjunktionen von literalen ist das heißt wenn sie die form hat wie hier angegeben erstes konjunkt zweites konjunkt und so weiter bis letztes konjunkt das letzte in dem fall wäre das ente konjunkt ja und in jeder jedes konjunkt ist selbst die disjunktion mit literalen drin erste disjunktion bis l11 bis l1 m1 zweite disjunktion l21 bis l2 m2 sie sehen die menge indizes aber eigentlich ganz einfach wir sagen einfach nur sind unterschiedlich lange disjunktionen erlaubt jede darf ihre eigene länge haben gegeben durch diese sm1 m2 und so weiter und ja die ls hier unten das sind also atome oder negierte atome die man eben literalen in solche formen ok eine disjunktion in dem kontext heißt auch klausel und ja daher das führt uns dann auch zur klauselform wo wir das noch syntaktisch ein bisschen anders schreiben ok das ist also die konjunktive normalform in der aussagenlogik gewesen und ich sage ihnen jetzt das ist auch die konjunktive normalform in der prädikaten logik im prinzip also das wesentliche ist auch diese schachtelung außen die konjunktion dann die disjunktion und ganz unten optional die negativ so wird es hier auch sein der das heißt wir wollen diese form herstellen und zwar wollen wir die herstellen für den quantoren freien inneren teil einer formel in pränex form das heißt also wenn im inneren teil keine quantoren vorkommen dann können wir die normalen burschen umformungen verwenden und können diese reihenfolge von konjunktion und disjunktion in der schachtelung sicherstellen wie machen wir das naja in der prädikaten logik gehen wir die schritte wie wir sie kennengelernt haben und bereinigen zunächst die formel bilden die negations normalform bilden die pränex form schule misieren das alles und dann und das ist eigentlich der einzige neue schritt jetzt wenn wir erschöpfend die folgende ersetzung auf teilformeln im quantoren freien teil der formel an ich nehme jeden jede situation bei der die schachtelung falsch herum ist also wo ich eine disjunktion über einer konjunktion habe ändere ich indem ich das distributivgesetz anwende und daraus zwei disjunktionen mache die konjunktiv verknüpft und natürlich darf ich das von beiden seiten her machen hier steht nur ein eine richtung als könnte auch sein die konjunktion steht vor f vor dem f und das f kommt danach okay das ist das was ich tun müsste um die formel umzuformen und hier kommt der satz dazu die auf diese art aus einer formel f gebildete kein f ist erfüllbar genau dann wenn er für weiß sie erhält die erfüllbarkeit wie lässt sich das beweisen naja eigentlich haben wir das schon bewiesen wir wissen die ersten drei schritte liefern semantisch äquivalente formeln da passiert gar nichts in der bedeutung schule misierung ist erfüllbarkeitsäquivalent das hatte ich beim letzten mal bewiesen und schritt fünf die letzte der letzte schritt liefert wieder eine semantisch äquivalente form anmerkung man könnte manche schritte auch vertauschen ja also dass die schule misierung zum beispiel könnte man auch danach machen wenn man wollte das macht keinen unterschied an der stelle weil die die umformung hier sicher nur auf diese schachtelung von operatoren bezieht und die ändert sich ja nicht ob ich das kolomisiert habe vorher oder danach ist egal okay aber so kann man es machen und ich bemerke hier an der stelle dass natürlich diese art von umformung diese fußgängerische art bei der man einen falsch geschachtelten ausdruck durch einen besseren ersetzt etwas ist was man in lehrveranstaltungen macht aber was man nicht so implementiert ja also das ist was für uns auf papier ist das eine gute art das herzustellen und für die aufgaben die wir ihnen stellen werden wird das auch immer ausreichen aber das wäre dass das läuft gefahr in der praxis exponentielle formeln zu erzeugen machen sie nehmen sie einfach mal eine formel wo genau die das duale von der konjunktiven normalform vorliegt also disjunktive normalform sie haben überall eine disjunktion außen also eine große disjunktion über konjunktion und dann lösen sie das auf über diese regel dann kriegen sie eine riesige knf und da hatte ich ihnen schon mal bei der aussagenlogik gesagt da gibt es tricks mit struktureller transformation bei der man hilfsatome einführt als als proxy für bestimmte teilformeln also damit man eben nicht das machen muss was hier passiert ja was hier passiert ist die teilformel f wird dupliziert ich mache einen schritt und ich habe zwei kopien von f und das ist der keim für die exponentialität dieser umformung ja ich habe f in einem schritt dupliziert jetzt mache ich noch einen schritt kann sein f wird wieder dupliziert wenn ich pech habe und dadurch bekomme ich immer größere formeln und das kann man verhindern indem man sicherstellt dass hier keine tiefen schachtelungen auftreten indem man hilfsatome einführt und die dann auch wieder so umformt aber eben sicher ist dass es duplizieren nur einmal passiert zum beispiel okay aber das muss man nicht im detail anschauen wir wollen ja keinen effizienten predikaten logischen schließalgorithmus implementieren sondern erstmal grundlegend verstehen wie das so ungefähr funktioniert ein beispiel wir hatten unsere formel über wahrheitssager und lügner zu den letzten skole misiert und jetzt können wir uns mal anschauen an welcher stelle es jetzt hier dinge gibt die nicht in konjunktiver normalform sind oder welche form das hier behauptet wir sehen hier schon oben das sieht schon mal gar nicht gut aus konjunktion oder konjunktion also zwei konjunktion sind hier verordert ist das gegenteil einer konjunktiven normalform ist eine disjunktive normalform dieser teil da muss ich was tun dann steht hier eine disjunktion das sieht ja schon ziemlich gut aus die ist auch noch mit unverknüpft und dann ist hier noch mal mit unverknüpft eine disjunktion aber da gibt es ihnen noch mal und okay also da ist auch noch mal ein bisschen arbeit okay fangen wir mal hier oben an wenn sie sowas sehen zwei dinge verundet verordert mit zwei dingen dann können sie natürlich schritt für schritt diese regeln anwenden aber sie können es auch in einem schritt machen am ende das distributivgesetz gibt ihnen jede kombination aus dem ersten mit dem zweiten als neue disjunktion also hier sieht das so aus w oder l das ist das w und das l nicht l oder l das ist das nicht l und das l w oder nicht w das ist das w und das nicht w und dann nicht wie oder nicht nicht l oder nicht w das ist das nicht l und das nicht also da habe ich jedes mit jedem kombiniert und sie sehen einige davon sind ganz offensichtlich semantisch sehr uninteressant ja nicht l oder l und nicht w oder oder w oder nicht w hier das sind ja tautologien und ich habe hier und mit tautologien also die könnte ich nicht weglassen aber wenn wir streng syntaktisch arbeiten dann ist die der algorithmus so wie er hier steht also das ist das ergebnis dieses algorithmus und sie sehen auch wie aus 2 4 werden da deutet sich schon die exponentialität an gut die zweite sache lasse ich wie gesagt stehen jetzt kann ich noch den letzten teil hier mehr anschauen da habe ich also ein oder übernimmt und da das will ich jetzt auch aus multiplizieren und dabei entsteht das hier l5 oder das denn w teil l von x5 sollte ich sagen oder vielleicht besser nicht l von x5 wie es wirklich da steht oder diesen w teil und nicht l von x5 oder den nicht l hat das sind die beiden disjunkte die disjunktion die ich da rauskriege die werden konjunktiv verknüpft und damit habe ich schon die konjunktive normalform jetzt stehen hier lauter konjunktion von disjunktion gut das ist es okay so leicht ist das also wobei wir auch sehen wenn wir das jetzt vergleichen mit der formel mit der wir begonnen haben über wahrheitssager und lügner die lesbarkeit nimmt ab mit zunehmender normalisierung das ist auch typisch ja wir wollen wir normalisieren hier mit dem ziel eine einfache form herzustellen die mit einem algorithmus uniform und mit wenig ausnahmen und sonderfällen verarbeitet werden kann das kommt aber natürlich zu dem preis dass wir am ende noch sehr wenig features verwenden und dass diese features nur noch in der art wie sie kombiniert werden den ganzen den ganzen ausdruck letztlich darstellen bisschen wie es sempler ja haben sie wenige features und können aber jedes programm darstellen aber es kann keiner mehr lesen ja wenn sie ein assembler code irgendjemandem zeigen während höhere funktionen redundanzen haben und und viele darstellungsformen zu lassen aber dafür auch die idee transportieren also so ist es ja auch okay ich hatte schon erwähnt den begriff klauselform den gibt es auch noch die klauselform ist eine vereinfachte schreibweise der konjunktiven normalform die hatten wir auch schon bei propositional logik kennengelernt wir lassen einfach die allquantoren weg das ist neu das gab es vorher nicht allquantoren werden einfach nicht mehr geschrieben klauseln werden als mengen von literalen geschrieben also wir nehmen jetzt wir schreiben die disjunktionszeichen nicht mehr sondern einfach nur eine menge und konjunktionen von klauseln werden als mengen solcher mengen von literalen geschrieben also die konjunktion wird auch weggelassen das heißt in unserem beispiel sieht das ganze so aus und jetzt sind wir wirklich fast beim assembler sie haben jetzt also wirklich nur noch diese sieben mengen hier und in jeder menge sind also in dem fall zwei literale zu finden und verschiedene variablen namen quantifizieren muss ich die nicht mehr jede variable steht jetzt für allquantifiziert also alles ist hier allquantifiziert muss ich nicht extra hinschreiben und ebenso mit den operatoren ich weiß ja welcher operator gemeint ist auf welcher ebene weil die normalform so einheitlich ist okay damit haben wir also die klauselform und damit bin ich am ende dieser dieses videos die renix form entsteht also durch einfaches vorziehen der quantoren aus einer nf das haben wir schon kennengelernt funktionen habe ich gesagt liefern keine zusätzliche ausdruckstärke aber sie helfen bei der normalisierung weil man dadurch existenzielle variablen entfernen kann und die konjunktive normalform und klauselform werden am ende gebildet wie in der aussage okay damit können wir weitergehen was kommt als nächstes jahr es steht schon hier erbron genialer mathematiker aber unglücklicher bergsteiger wir wollen dann außerdem unifikation kennenlernen eine wichtige technik die man braucht um dann resolution durchzuführen und da wollen wir letztlich hin und danach kommen dann auch noch ein paar andere anwendungen von dogik aber dafür haben wir noch ein bisschen zeit bis dahin tschüss und auf wiedersehen